Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nichts ist beständiger wie die Veränderung. Die altbekannte Weisheit könnte man auch auf die Essgewohnheiten übertragen und, ein wenig grosszügig ausgelegt, auf das Joghurtsortiment von Gobe. Noch vor kurzem musste alles light oder mager sein und durfte möglichst wenig Kalorien haben. Die Joghurt aus Teilentranter Milch mit allen bekannten Vorteilen gibt es natürlich immer noch. Sogar in einer Sechserpackung mit verschiedenen Früchten assortiert, damit das Kalorien sparen noch leichter fällt. Stark aufgeholt und ganz vorne, wenn es um die Beliebtheit geht, sind zurzeit aber wieder die guten alten Vollmilchjoghurte. Mehr Geschmack, mehr Genuss, mehr Freude am Essen, heisst die neue Deweise, ohne dass man dabei auf eine schlanke Ernährung verzichten muss. Unsere Molkereifachleute, immer vorne dabei, wenn sich einen neuen Trend ankündet, offerieren Ihnen cremige Vollmilchjoghurte in vielen traditionellen Sorten und als überraschende Neuheiten. Und weil Abwechslung gefragt ist, sorgen nicht nur die Joghurte im Einzelbecher, sondern auch im Vierer- oder Sechserpack für Joghurtgenuss ohne Grenzen. Alle unsere Joghurte, ob Light- oder Vollmilch, Frucht- oder Naturportionen oder Familienbecher, erkennen Sie ganz einfach an der Auszeichnung Exklusivität GOP, ein Name, der verpflichtet. Neben der Routinenkontrolle, ob zum Beispiel die richtige Joghurtsorte auch im richtigen Becher abgefüllt worden ist, wird auch der Geschmack, die Farbe, Konsistenz und so weiter mit geschultem Auge und Gaumen geprüft, und das jeden Tag. Auch was den Preis betrifft, bleiben wir Ihnen nichts schuldig. Gegen 40 verschiedene GOP-Joghurte mit 30 Aromen im Becher von 125 bis 180 Gramm offerieren wir Ihnen jetzt zum Linien- und Portemonnaie-freundlichen Aktionspreis. Sie sparen pro Becher 15 Rappen. Die Freude am Essen macht auch das Natura-Beef. Es erfüllt wie kein anderes Fleisch in der Schweiz die höchsten Ansprüche an die Qualität aus artgerechter Tierhaltung und lässt auch in Bezug auf Zubereitung keine Wünsche mehr offen. Auch das Rezept, das Armin Amrein dazu mitgebracht hat, wird Sie nicht enttäuschen. Grüezi miteinander. Eine Tafelspitze passt gut in die Jahreszeit und ist auch ideal für eine grössere Tischrunde. Einen schönen Rindshofdeckel aus Natura-Beef, wie der Kot-Metzger bereit gemacht hat. Circa anderthalb Stunden zusammen mit einem Gemüsebündel im Salzwasser knapp unter dem Südenpunkt ziehen. Für die Soße findest du nicht mehr Zwiebeln, nicht mehr anschwitzen. Mit einer braunen, bunten Soße auffüllen. Mit ein wenig Weisswein und wenig Essig abschmücken. Jetzt eine Gratterplatte mit dieser Zwiebelnsoße ausgießen. Die Tafelspitze in Scheiben geschnitten drauflegen und den Rest der Zwiebelnsoße drüber gießen. Panierbrot drüber streuen, mit ein wenig Anken beträufeln und kurz im Ofen gratinieren. Weil es hier im Fernsehen wie immer ein wenig schnell gegangen ist, könnt ihr das Rezept für die Tafelspitze mit Zwiebelsauce in aller Ruhe im Aktionsinserat in der Coop-Zeitung nachlesen. Bestimmt werden sie damit grossen Erfolg haben und ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und alles, was wir Ihnen aus dem vielseitigen Möbelkatalog zeigen, ist platzsparend verpackt und jederzeit mitnahmebereit. In kurzer Zeit montieren Sie problemlos mit diesen Einzelteilen einen robusten und bequemen Stuhl für jeden Wohnbereich. Das Resultat sind die Polsterstühle in Kieferenmassiv oder Esche-Schwarz und Rustikal für nur 129 Franken. Auch bei der Buchenausführung für 149 Franken garantieren wir für höchste Qualität. Passend dazu liegen jetzt in allen Coop-Toptipp-Ausstellungen die farbigen Milieu-Teppich zum Preis von nur 75 Franken parat. Das heisst es, nicht lange überlegen, umso mehr Sie bei Ihren übrigen Einkäufen bei uns auch wieder zünftig sparen können. 500 Gramm belgischen oder einheimischen Brüsseler kostet 1,80. Das Coop-Fondue fixfertig ist im Duopack 5 Franken günstiger. Und 2 Kilo Moro-Orangen aus Sizilien im Netz kostet 2,50. Ausserdem offerieren wir Ihnen Jogging-Anzüge für die Kids für 19 Franken. Und für die Juniors für 25 Franken. Und hier noch der Preisabschlag. 250 Gramm mit Rösti fixfertig kostet ab sofort nur noch 1,60. Und das Coop-Restaurant offeriert Ihnen nach wie vor ein Menü für weniger als 10 Franken. Diese Woche wäre das ein Boulet Cordon Bleu mit Pommes frites und Bohnen für 9,50. Ein Grund mehr also, bei Coop einzukaufen, am besten schon morgen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wieder einen schönen Abend und auf Wiedersehen.